Hier komme ich jetzt gleich zum Rathausplatz. Diese ganzen Gebäude, also auch das, was ich jetzt direkt filme, ist komplett neu gebaut. Das haben die innerhalb kürzester Zeit originalgetreu nachgebaut. Hier war früher eine Trümmerwüste. Die Russen hatten die Gebäude und auch das Riga-Schwarzhäupterhaus gesprengt. Und das hat man alles originalgetreu wieder aufgebaut. Das kommt aber noch. Dies ist jetzt das Rathausgebäude. Rathaus und Ladenmassage von hinten. Rathaus und Ladenmassage von hinten.